Also ich bin begeistert vom Jardesaal, weil es war einfach ein super Team, super Familie, ist ja Familienbetrieb. Die haben mir alle Wünsche erfüllt, Essen war super, ich habe keine Worte, kann ich nur empfehlen, also super. So viel getanzt wie heute habe ich noch nie. Es gab nur gutes Feedback von den Gästen, die haben sich super gefreut, das war alles super, wir haben nachgefragt auch, ob alles in Ordnung ist. Sie haben gesagt, alles perfekt, mach dir keine Sorgen, das war super alles. Sie haben sich sehr gefreut, sie sind begeistert vom Saal, vom Essen, von dem Catering, alles super gewesen. Dankeschön. Danke euch. Ciao.